einen wunderschönen guten abend zu einer weiteren runde mit die brock galactic survivors wir machen eigentlich da weiter wo uns jetzt mal aufgehört haben und zwar die waffenmeisterschaft und wie ich gerade sehe haben wir sogar eine granade das letzte mal vergessen gehabt und damit fangen wir einfach gnadenlos an wunderbares sprengfest was war wichtig weil säure waffen mehr stotterseffekt und ich darf mich am anfang nicht so weit auf lange aufhalten weil es macht schon gut schaden irgendwie das bild zeitspielen und dann vielleicht mal hier durch hier muss ich mitnehmen was soll ich machen drei kleine so stark ist ja noch einer übrig grössere radios jetzt kann man hier drüber nachdenken nee 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 aber ah vorbei jedes level muss ein schaden ich gehe kaputt 50 prozent schaden freilich dann nochmal kritschung zu antworten ich bin zu langsam aber zwei blumen auch noch eine blume perfekt dann haben wir auch noch eine blume objektiv completed excellent job und dann habe ich ein movement drauf Ich habe noch ein bisschen die drauf. Äh, Hüssen. Okay, Rückzug. Äh, Hübscher. Ja, kann ich. Äh. Krass, wie keiner fehlt irgendwo dann hier. Eigentlich gut werden wir geschafft. Ich bin schon mal hier. Hu 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 hu. Ja. Ja, das rumpelt sich schon noch richtig gut. So. Wir nehmen definitiv Schaden. Knabler. Äh. Wir wollen mit Gämbeln. Ach was generell, Trittchancen. Auch da ein paar mit. Auch noch was. Schaden 35. Jetzt können wir hier... Oh. Okay, hier können wir einfach durchschremen. Das ist schon... Das ist schon cool. Das ist nix. Wir haben Pilz. Wir haben Pilz nicht. Äh. Bei dem Boden läuft es länger. Oh oh. Oh oh. Weiß nicht. Ich schwirr. Oh oh. Nein. Ich schwirr. Ich schwirr. Ich nögier das bitte. Äh. Ich schwirr. Ich hinde. Ich schwirr. Wenn er nur aufnommen ist ne? Weil Schaden ist. Dann haben wir. Hopp. Gäbel? Abatz, Abatz. Abatz, 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 Abatz. Wir haben zwar mit den Dinger Tonnenweise schon, aber.. Muss man nicht haben, ne? Muss man nicht brauchen. Kann ich euch sagen, oder? Guck mal hier bitte! Was ist der Explosion? Aufmerksam. Pits. Ich muss gut nachhauen. Au. Hier oben nicht in Ordnung. Wie viele Pilze sind hier bitte? Die sind ja alle. Das muss nicht. Das war. 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 Das ist mein Ding. Das war. 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 Schau, ich muss ja genau nur voll auf Schaden gehen. Können wir noch was vernünftiges kriegen? Noch einmal? Nehmen wir Schaden mit. Schneller mit nachladen. Oh, das ist hier. Okay. Können wir noch mal gambeln? Muss ich nehmen. Schade. Uh, da ist definitiv markiert am Start. Gut gelissen. Erstmal den Supply-Partner. Oh, okay. Ja, ich bin schon gut, oder? Nicht mal weg. Oh, das ist immer hier alles schön mit. Au. Was ist denn? Oh, Feierrad brauche ich nicht. Rüstung will ich nicht. Und sogar nützen brauche ich. Na gut, nehmen wir das mit, ne? Mehr Schaden und so. Dafür weniger Leben, aber... Gut, damit können wir umgehen. Okay, hier unten ist schon mal das große, bigge Ei. Merken wir uns schon mal? Vielleicht? Vielleicht? Was geht? Habe ich nicht move? 152%? Ups. Ja. Hier ist das. Äh, irgendwie nicht động die Schaden nicht. Okay. Ja. 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 Ja, nicht in die Luft. Ja. 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 Ich glaube, das geht. zwillinge ich muss hoch zum ich bin so schnell hier durch ich bin so gut ich bin so gut Nachlassen, das nicht. Ich schaffte ihn zuerst zu töten, bevor ich den anderen töten kann. Ja man, das ist Neues. Uh, die halten auf. Nice. Ah, ich kann nicht mehr gamblen. Ah. Der hat gesessen. Echter Explosiv. Wo sind wir denn hier? 1,5. Hochexplosiver Zinnstoff. Schaden, Miner. Ich ziehe dich zurück in die Space Rig. Ach der Schaden. Dreck. Wurde 2 Millionen. Okay. Das war doch nicht verkehrt. So, kann ich jetzt Glück kaufen? Bin noch bunt. Äh, dann... Na ja, halt hier weiter, ne? Weiß das Schaf. So, haben wir noch irgendwas zum Werfen? Axt, Angebot und Boomerang. Das stelle ich mir auf. Okay, dann machen wir so die 2 Wurfdinge. Big old Axes. Just like Grant. Ja, Vorarbeiter. Was anderes. Nützt sich da einfach alles. Find and eliminate the Dreadnoughts. Remember, you're on your own this time. There's no one to carry your body back to the drop part if you fail. Nur ein 50-0. Alter. Wie schnell war ich denn da, bitte? Ach, das funktioniert. Ich hab grad überhaupt nicht im Kopf, was das mit der Axt war. So, das ist ein sehr mächtiges Tool. Das ist perfekt für die Bildung. Die werfe ich auf jeden Fall schon in die Richtung. Muss ich... Muss hier rein. Mein Nitro. Äh... Its calling to me. Its calling to me. Was ist schnell? Noooo pflanze so säure oder feuer mit der hätte ich das andere nehmen können hier unten sind nur eiskalt feuer ein schöner passiver effekt jedes nidra durfte ich dann kein nidra ausgeben nicht irgendwo noch was in der wand versteckt der brennt ja schon ach der typ ist das schau gut 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 oder gut ja aufnahmereichweite dankeschön ich kann ich nicht wir sparen einfach mal weil nitra macht mehr schaden hier ist etwas explodiert äh hier ist schon mal 43 auch gut okay ums ende dann direkt umdrehen ist das noch eine blume muss man auch ein stückchen warten die dinge sind rum rum und von hinten rein nachladen dem schaden mit mit Was? Ähm... Ähm, wo ich mein? So blöken Spocker hier überall. Das ist hier nicht in Ordnung eigentlich. Äh, Magazin Größe? Okay. Äh, Schaden? Ja, ich muss stehen bleiben. Ähm, die müssen wir uns finden, auf jeden Fall. Da, wo gerade die Geekme entgegenkommt. Perfekt. Oh, nett. Nachladen. Nachladen. Noch mehr nachladen. Schauen wir uns mal, wo kommt denn da die Sprengkraft da unten her? Oh, okay. Sprengkraft? Ne, nicht. Ich kann mich durch. Hier ist noch ein bisschen Gold. Okay. Noch mehr nachladen. Wie ist es mit Freirad oder so? Schaden, danke. Ich bin jetzt mit Freirad oder so. Schaden, danke. Ich bin jetzt mit Freirad oder so. Ich bin jetzt mit Freirad oder so. Okay. Ah, Rüstung. Brauche ich Rüstung? Denk ich nicht. Hatten eigentlich auch nicht. Was noch? Let's shake it up. Surely next time will be better. I want another go. Surely next time will be better. Ich hätte gedacht, ich finde jetzt noch mehr Nitra. Hey, Nitra heißt, ja, er kriegt, warte mal, er kriegt, wo ist denn ein Kritt? Macht sich. You're cute, but you're dead. No loot box. Loot box open. Toll, für Gamble-Aktion. Toll, für Gamble-Aktion. Wie viel Nachladen habe ich denn? 0,8, 8, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich bin doch eh, ich ziehe euch alles, oder? Ich bin bei 100, 3%, ja. Feuer kittet den Schub. Okay, der Schaden ist auch schon, wenn ich... ...der Freis, 35%. Ich würde versagen, her damit. Sehr Schaden. Gib mir das! Ich bin die Schaden. Gib mir das! Gehen das! Egal. Ich bin der Schaden. Warte. Welter. Ich bin der Schaden. Ich bin der Schaden. Ich bin der Schaden. es geht schon sehr 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 schnell da kann man auf jeden fall lernen gestehen das war hier mein erdrock mitnehmen 3 stellen 170 haben wir schon wenn ich das auch noch mitnehmen mit mehr schaden bei 33 ist auch nicht schlecht sind was blaues gerade gar nichts mehr danach hatten wir schon gut weil wir haben jetzt 0,93 ist halt nischt das grüne mitnehmen ich glaube ich soweit die karte aufgedeckt 2000 dabei habe ich genau gesehen das ist große mächtige ich musste verschwinden der kurs ist eh gleich am starten jetzt in den jungs dann das ist ein Tor. Okay. Hitsch derby. Wieso haben wir jetzt? Nur 8-1. Okay. 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 Ja okay, drei Schaden, drei Waffen, drei Sprecher. Okay, sehr gut. Dann, kommen wir da gleich weiter mit Boomerang. Boomerang, Boomerang. Okay, kommt hier. Zeit für etwas Schrappschüttung. Es ist kein Zeitpunkt, Miner. Find das verdammte Ding. Destroy es. Nix. So, jetzt haben wir so einen anderen Charakter, die wir hier kurz umstellen. Okay, das ist jetzt nix. Okay, hier unten ist schon mal nix. Habe ich was? Okay, Boomerang schießt hier schon mal durch, das ist auch nicht schlecht. Ich mach hier bitte alleine lassen. Ähm. Was waren wir? Oh, hier ist noch Gold. Dann ist auch noch was. Sehr gut. Oh, das war knapp. Ich habe noch was zu sagen. Das sind... Leben. Leben habe ich. Das ist kittisch. Okay, das war ja ultra lange. Okay, damit ging es. Das war das Upgrade, den ich nachhielt habe. Au. Au. Äh, noch mal. Okay, liegt an der Auswärtsspürer, bevor er zurückkehrt. Okay, machen Reichweite und 10% Schade. Ich gehe krachen. Ach, wer ist auf dem Bach? Er erhöht deinen Schaden um 2%, verringert deine Bedürfnisse pro Nitra, was ich besitze. Ich habe immer noch ein bisschen was eingesammelt. Ja, gut, halt nichts mehr Schaden. Oh. Best Gegenstand. Oh. 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 Und ich will jetzt auch meinen Kopf. Ich will nicht mehr krachen, nicht mehr werde. das tut die komplett groß bisschen viel stein durch aber wenn ich es gerade richtig sehe oder? ich gehe hier schön ein bisschen außen rum oh das ist nur auch noch wieso kacken ich gerade so voll mit glück? Gut, dann sparen wir den Rest. Das ist gut, wir müssen Blumen sein. Der haut schon ab. Ich hoffe, diese Mission wird handhablich. Ja, jetzt wird auch kein Bock mit der Typ. Verschnicken, haus. Da ist er. Oh, dann kommt. Oh, wir werden es tun. Das ist aber viel. Wieso sterben die nicht? Wird das mal einer verraten? Was macht der Herr Boomerang? Das Wind nimmt also nicht mehr. Schade. Wir sind schon sehr, sehr, sehr schnell. Wir sind schon sehr, sehr, sehr schnell. Beide Waffe. Das wird mir helfen, ein perfekter Dwarf zu sein. Wir haben eine Schwung. LZ bereit. Wir sind in der Bühne. Beide Waffe. Das wird mir helfen, ein perfekter Dwarf zu sein. Ich bin in der Bühne gelang. Die hat explodiert schon alles. Ich will es ja. Mehr Potenzins. Die Doom habe ich einfach hier gesehen, danke. Okay, und ich bin zu dir zurück exportiert und sein zusätzlich in einer richtung Wie viele werfe ich eigentlich gerade? Ist das so? Freilich noch mehr glück Ich bin dann mal weg Nicht, ne? Habe ich schon? Irgendwo was, was ich brauchen kann? Das ist all you got, you slippery shit! Ethan! Let's show you campaign! Oh, oh 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 Ready? Get on it, before it leaves Dachat I can't get enough this rare stuff Das ist ja jetzt schon eine Eskalation We knew we could trust you to go it alone Stage 2 completed Noch ein Legendary Kick krach Gimme 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 Can I roll the dice on this one? Und wie ein Feierrader Feels right Weniger nachladen Aber Aber Overclock Rock and Stone Nope Try again Let's shake it up Das ist schon zu teuer Das ist schon zu teuer Das ist meine Pick Was günstige Pick Show me mehr 2 Dann Dann Müsste ich nochmal plus 2 kriegen Dann habe ich 2,18er dabei Hihi Wann Kill them all, Miner Oh, I think we actually have a chance to make it outlawing Ahhhh Schön Wann ich frag's? Wann ich Wann nicht Ich bin doch schon wieder hier 74% Ich kann doch hier noch durch War da hör'n Oh baby Wie? Klasse Hahaha Diese Waffe ist so geil Durchschuss Oh, man. Noch mehr Fall gerade, ne? Ich bin zwar eigentlich in Pumperang, aber will es mir natürlich die andere geben. Das ist schon der Gatling. Gegen Gesch... draußen. Ich erinnere mal an die Fass. Noch mal ein Lutra, sehr gut. Das war eigentlich schon was gegen Lutra. Moin Schulzi! Ich hab mir einen MG gebaut. Oh, was ist die unten? Ja. Das ist mal die Störung da angeguckt. Er schießt überall. Er macht wie du. Einfach draufhalten. Einfach drauf. Ach, dann bin ich freilich. Oh, das ist schon mal mit dem Supply-Pod. Hihihihi. Da haben wir ein bisschen mehr Prefens. Was? So. Nachladen. So. Komm mal hier drauf. Komm mal hier drauf. Er ist total kaputt. Ah, ich kann doch noch nicht so gambeln und so. So, ich hätte auch... Das hätte ich auch öffnen können. Die Supply-Pod. Oh, schade. Ah, nee. Okay. Ich hab irgendwie draufgehalten. Äh, Durchschuss. Oh, ja. Jetzt müssen sie schon heilen, die Zwillinge. Oh, ja. Jetzt müssen sie schon heilen, die Zwillinge. Da. Dann nehmen wir die Rad Arangel hin. Und jetzt haben wir das 해야 Mar perder. Wir schauen nach uns so aus. Einen, alle. Ich kann nicht schade. Oh. Manchmal ist es einfach so eine Gatling, ey. 117, Feuerrader plus 500 Prozent. Okay. Ey, 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 ey. So schon. Nur fünf Prozent? Das ist ein, heh, heh. Okay. Treffergenauigkeit, äh, unbekannt. Gut, dann schauen wir mal hier. Das Ding müsste, glaub ich, noch sein, was wir werfen können. Und dann geht's an die Geschützer ran. Also das hier. Das hier. So. Öh. Elektrospratten machen. EP. Glosion. Na gut, Explosionen hab ich nicht. Also machen wir mit mehr EP. Ja, freilich, ist doch schon, Donara. Mein Piz, mein Piz. Hm. Hm. This will help me work harder. Komm. Oh, ich muss auf jeden Fall auf Nachladen pushen. Ich kann richtig sehen. Okay. Okay. Legendary. Erste Ebene. Warum nicht? Wollen wir so bitte so weitergehen? Das hier ist das fair. Schlage nicht ¡K Oh, ohh, ohh, ohh... Ow! 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 Oh! I was Phil integrating! das ist schon mal magnete so gut zu wissen sind richtig und richtig eilig nebengeworfen mit ein denn ich schüsse mal das ist mein pick wo er mich an blöde Käfer okay nachhals oh oh na 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 ein schuss ein kill wustl uuuu jetzt wird es hier au das ist gar nicht gut ich will das experimenten rück rufst wie das laufzeit ja klar der dick ist schon da jedoch abschalten und schießen der ist ja schon tot das ist schon deutlich schwerer ist mit den armen waffen ich hab keine mehr gesetzt krankenspielen freilich ist ja nur alles lila nehm ich nehm ich nehm ich ich hab da richtig böken zu angucken in der nähe bügt drei aufladungen hinzu da kann ich ja viel mehr bauen aber feuert elektrische böken zu allen konstrukten wenn ich schnell nachlade kriege ich das ja auch mit mehr hier hab ich dann noch mehr nehm wir halt noch mehr wenn ich stehen bleibe macht das nicht nehm ich kann ja nur noch geschütze stellen alle wie viele geschütze kann ich denn bitte bauen wenn ich alle beieinander setzen, dann kann ich ja ein großes Netzwerk bauen. Ok, bei solchen Konstrukten haben sie also keine Chance, ok. Legendary! Ah, ich muss hier runter. Die Röne schon? Die Röne schon? Was? mehr schau mehr potenz ok das ist hier mehr laut ok das ist richtig schwer die ich nebeneinander setzte sie dann nebeneinander manchmal aber auch gar oh den kann ich töten damit doch nicht wachka mehr schaden hätte ich gern Boah, ist das schwer Die kriege ich ja nicht kaputt Die Dinger hier Dazu müssen die Blitze schon da durchgehen Sonst wird das nix Schaden Bingo Was war schon? Nein Derby kann ich nicht nehmen Oh, nee So, sonst nur noch abbauen Wobei, abbauen ist auch nicht schlecht Gut So und dann Die Ebene Wir haben schon mal wieder ein Leben bekommen Good luck, Lena I'm really not ready for this 35 Aber ich krieg die nicht Down Was macht er dann, ne? Solche Konstruktion Die Schnecke habe ich auch noch nicht gefunden Ah, da oben ist Schnecki Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jetzt krieg ich ne Nur Potenz Den habe ich glaube ich gesprengt, das ist gut Ich brauche Unfassbar viel Schaden Ich brauche Die Schade bin ich auch mit Awww Oh Oh Die Schade hat ja gar nichts gebracht Ich habe jetzt eine Chance. Ja ok, die Waffe geht. Oh. 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 Oh, oh. 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 Jesus. hast du keine chance spring ist da müsste gleich von irgendwas angesprochen werden ich habe keine chance ich habe keine chance ich habe keine chance Das ist was ich brauchte Ok, das ist ne miserabel Wache 173 Schaden extra schon dazu, aber Hat nicht 39 So Ist halt auch dabei Ich muss 3 Schaden und mehr nachladen Ja Bringt ein bisschen was Ist halt auch kein Schaden Ich denke mal der Waffenkoffer hat mir ganz gut geholfen Gut Dann hat man diese Waffe auch erledigt Ich meine nicht mehr so viel was wir machen können Jetzt nochmal Das Krakatau geschützt Hier schon Oh ok Äh Feuer Ja dann können wir das ja auf jeden Fall nehmen Plus 100% Vom Status Effekt Schaden Find the Dreadnought Seminate the Dreadnought Return in time for Sandwiches and Beers You can do this Sandwiches and Beers Das ist von Statio Effekt Ach das sind die Geschütze Boah Das wird am Anfang auch hässlich Und nachher brauche ich definitiv Definitiv Ganz Swarm detected Get ready They'll be with you shortly Äh Au Auf jeden Fall Wichtig Nachhauen Hier komme ich wohl noch nicht ran Oh Oh Wie bei ein Upgrade mit der Waffe Mir bitte zwei hinstellen Eins Oh Oh Ok Er ist gleich Ich muss Oh War nicht geschafft Na gut Einfach mit Gold mit ne Ich muss dann durcharbeiten Ich muss dann durcharbeiten Wie mit Gold Nachladen Nachladen Und Weitere Strahlen hinzu Oder Strahlen oder Und Dual Strahlen Verliegte Schlitzer Oh Da muss ich auch erstmal da oben durchpütteln Da muss ich auch erstmal da oben durchpütteln Ich 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 Ok Ok Bääääää Wurde die EP hier unten Können wir mal einen Plottsabsträcher hier machen Und ich muss zurück Oh Man Oh Drei 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 Eins waffen reichweite da kriege ich ja theoretisch auch gold dafür das laufzeit ist kacke da nr 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 Oh, die finden tatsächlich Gold. Okay, das ist cool. Ja, wenn wir die nächste Bogen haben, dann schrauben sie die Wände aus. Ja, ne? Geht ja mal hier. Ja. Au. Ich muss erstmal hier rauskommen wieder. Tatsächlich. Ich hätte überall Gold rum. Das ist natürlich schon cool. Können wir mal helfen? Danke. Okay. Schau. 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 Ne. Ich weiß nicht, ist es nicht Gold einfach mit dem, was wir zusätzlich ausgegraben haben? Nimm aus. 6. Schau. Blech. Schau. 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 Ach so. Das war ne Schnecke. Einfach hinterher. GP verdienen. Legendary. Freilich. Oh ne. Hier. Betraufladungen zu. Minus. Mach mal. Au. Ins Gesicht. Ja, ich krampel. Dann gleich nochmal, weil es geschehen war. Und das Gespräch. Ja, stoppt einfach. Okay. Ich hab irgendwie schützt. Komplett draufgehalten. Noch mal nachladen. Ich sitze ich jetzt. Und das soll nachladen erstmal reichen. Hey, das haben wir auch geschafft. Sehr gut. Potenz. Nein, wenn ich nicht. Oh. Hey. So. Wir nehmen nichts mit. Ich fühle mich glücklich. Ich werde etwas machen. Ich werde etwas machen. Ja. Okay. Dann lohnt sich das überhaupt. 33%. Nicht schlecht. Ups. Jetzt habe ich mich doch verglichen. Ich stehe das nämlich mit. Und. Das macht mein gesamtes Leben besser. Der Dreadnought wird emerge, wenn du die kleinen Kokoons verletzt. Und schau dir für die Eliten. Keep your cool. Du wirst es einfach gut machen. Ich kann nicht glauben, wie ich in der Augen war. Ich kann nicht glauben, wie ich in der Augen war. Ich bin. Wo ist er denn hin? Okay. Ich bin drüber gelaufen, aber es hat nichts gebracht. Okay. Wenn ich dann bitte hier nochmal drüber gehen. Wie soll ich denn das machen? Erletzten der? Erletzten der oder? Epischen. Eigentlich Schaden, ne? Aber Aufnahmen ist halt auch nicht schlecht. Pff. This makes my whole life better. Much better. Bring it back on. Au. Äh. Schaden. Der erste Dicke. Weichweide. Weichweide. Ja, ich bin. Ich habe noch mal aufgenommen. Weichweide. Äh. Wie ist das denn? Weichweide. Du bist so kütz! Aber du bist so leer! Au! Weichweide. Weichweide. die range ist schon stark ja, kann man hier schönes, kann man da mal ein Lidchen dabei oder so, scheiße das wird mal irgendwas was Golddingsbums macht oder? Regnamente, eine Karte, einen Magneten, nee brauche ich nicht äh, werden wir hier die Übertaktung, einen Rosenzucker, nee Feuerrad brauche ich eigentlich auch nicht, Gold zu finden macht auch keinen Sinn gut, dann wird es nochmal klebt werden, nicht? nicht nur am Ende, am Ende der Karte jetzt habe ich das auch verstanden, nicht am Ende der Karte, sondern am Ende der Karte ha ha, Banga gut ja, geht noch hier bestimmt heute doch die ganze karte dies war nur vier prozent aber den boost merkst du die 26 ich bin ein Stückchen gestiegen Okay. Ah, Zwillinge. Hey, Zwilling. Ah, was geht da? Wo ist denn dein Bro? Achso, der wird schon angeleuchtet. Ah, okay. Here, have a bullet in the face. Now I've got you. Wee. Das ist tot. Eins, noch der Atos auch tot. Oh, das ist tot. Nicht weiter. Oh, ja. Wollah. Ich putze nur das Gold aus der Wand raus. Okay. Joach. Dreadnord erfolgreich getoastet. Waffenreichweite. Äh? Nicht viel Schaden. Schwer am Anfang, aber am Ende wurde es leichter. Gut. Dann nehmen wir uns das letzte geschützt. Das letzte. Jep. Das ist das LMG. Oh, man. Hier ist dran, okay. Laden. Nachladen. Nachladen ist schon mal nicht schlecht. Sonst starten wir einfach mit, ja, EP-Boost. Ich denke, ich bin ein Tinkerer. Wir finden die Stufe 3. Einfach, okay. Das ist der EP-Boost. Okay. 30% hat doch vorbei. Ach Gott. Spannung. Fahre. Interessante. Fahre. 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 Instant gemerkt. Fahre. Das wird mir deutlich schneller geworden mit einem Schlag. Fahre. und wir wechseln zu lassen ja hier oben ist er treffe die auch oder stimmt mit dem nicht warte warte kopf kopf ich kopf Nett. Und Katschi. Well done. You got them all. Prepare to fight for your life. The big swarm is approaching. Uuuu. Aber. Aber. Hallo. Beschütz. Bitte hinstellen. Hallo. Ich wollte doch da hinten das Vorkommen mitnehmen. Man. Nur bitte den violetten Bug kaputt machen. Ähm. Ähm. Vorher morgen. Das sieht nicht mal nicht schlecht aus. Warte. Gefällt mir auch. Au. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Uh. Der ist schon da. Okay. Okay. Der wird einfach zerballert. Ich glaube es ist noch ein bisschen her. Mir her zu bringen. Wegen Blut. Äh. Hallo. Geschützt. Geschützt. Hallo. Au. Okay. Geschafft. Ich hab's. Ich hab's. Jetzt breadth Nach Lykuth. Die ist gesund. Erstmal weg. Da steht trock. rz Sé%. den magneten was sich mit der magnet der war gut den können wir schon mal nicht mehr nehmen wunderschön eingefädelt den jetzt brauche ich nicht ich nehme ich das hier mit plus 3 er hält stark die fahrrad auf kosten der genauigkeit aber noch mehr ist halt noch mehr ist besser mehr ist immer besser oder noch aufnahme mit aufnahme 151 ja okay das passt natürlich schmecken freund hallo immer hier schütze kommt ihr mal zu mir hallo das ist glaube ich auch nicht hier echt wo ist denn jetzt hin ja Oh, das war ja gerade, ne? Ah, du? Ganz schön. Getschaden. Er ist da drüben. Oh, das brauche ich nicht. Ja, Nachladen brauche ich. Irgendwie hängt es da gerade. Äh, ja, dritten, einfach alles weg, dritten. Schreien, wird langsam. Äh. Schuss. Aber wenn die da oben einmal bleiben, ne? Okay, Magnet ist ja schon mal da oben, das ist gut. Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Okay Okay. Okay, der ist tos. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Weiß ich mal, wer es war. Wahrscheinlich ein Helikopter-Franboe oder so. Echt? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. 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 Ich bin der der beste Survivor. meiner freundin bestreue die cocoons und take out that dreadnought miss in control ja der schaden ist nicht schlecht ok der schaden ist Das ist mein Hütten oder? Ne, nicht ganz Ich stürb einfach gleich Okay Oh, mit Auschuss Schuss Schuss Ich sehe Das ist in dem Erdrupp abgelegt Da muss der Postenverantrag laufen hier Oder ich bin hier vorbei Ja, voll wahr Das war gar nicht Au Aber wer Äh, wie? Ach, der war auch gleich hier Prima Ja Oh, besser Okay, wie viele sind denn hier bitte? Das sind sehr viele Geschütze Wenn ich das mal so sagen darf Und jetzt kommt hier keiner zu mir Doch jetzt Ich Kann doch mal einen Schaden sehen 55 55 Oh, okay Impressive work, Miner Der weiß es auch wirklich nicht Von weber getroffen wurde Bei der Kame ist es umgefallen Oh Splitterrefraktor Okay Okay Nett Gut Dann Waffenmeisterschaft So So, jetzt kann man nur noch Die ganzen Waffen Kolzenheit Die ist auch geil Irgendwas Irgendwas, was kacke ist So, hier irgendwas mit Schießt nur zurück Oder nur woanders hin Aber da Die ist auch gut Stümmelchen Stümmelchen Was passiert nächstes wird dich schocken Ich werde meine Sachen in guten Repair Das ist gut Find The Dreadnought Eliminate The Dreadnought Return in time for Sandwiches and Beers You can do this Sandwiches and Beers Ah, Dusches Na feilig hat er mit Ja, gut anfangen Brrrr Da hat jemand das Code-Wort gehört Und hat dort noch zugehört Okay Lass dir's schmecken, Schulzi Hast dir auch schließlich verdient Wenn du schon natürlich zuhause bist Weil Man will ja nie auf Arbeit Bier trinken Das geht ja gar nicht Prost, Schulzi Okay Was ist hier hinten? Nichts? Oder? Okay Das ist ein sehr schmaler Don't try this at home Ja Das stimmt Wobei Don't try this at work Das glaub ich Das glaub ich Das geht Passt auf Oh oh Ich krieg auf den Sack Ich krieg richtig auf den Sack Das sind viel zu viele Oh komm runter Oh putz Ich zeig dir nichts, wenn immer du nachlegst Minus 25% Schaden aller anderen plus Das macht ja gar keinen Sinn Das kann ich doch nicht Oh Äh Rabatzki Das ist mir doch nicht außer Ja du Uh Gerade ja Weil Du denkst dir so Was spielt der Schoko das für kurkische Dinge Karten Ich könnte glaube ich nochmal dann in Feuerrad investieren wenn ich es finden würde Uh Stimmt meine Quest Heieiei Das hab ich ja komplett vergessen Wie viele Flatterviecher sind es hier bitte? Sind es alle? Au Heieiei Heieiei Heiei Wollen wir mal hier kaputt gehen oder so? Guck mal Ja Nicht mehr ins Gesicht aber danke durchschuss hätte ich gern so ein bisschen durchschuss das andere auch nehmen können aber nachladen ist wichtiger der ist ja schon da der dicke ich muss kette geben ich will ihn auch nicht töten schade legendary nice verheiratet nach hat nämlich alles alles doof hör doch mal auf auf den zu schießen blöder typ ich will dass die zu haben ok jetzt ist er tot ich habe meine quest das muss ich noch machen ok nehme ich mit ja liegt auf dem weg ja nidra ja geht doch ich muss los ich habe ein magnet danke ja ja schaden kommen nämlich weg das wird schabby wobei auch noch kriegen können ich habe nichts eingeloggt mich ich es ist ganz kritisch Da brauch ich gar nicht jemand drüber nachdenken. Hm, was noch? Legendary! Legendary? It's my lucky day! I'm feeling lucky! Nope, try again! Hell yeah! Und, Movement. Yeehaw! This is it! Lüge! Moment! Muss ich prüfen. Do it, Miner. Ok, wieso kommt das bei mir nicht an? Ok, ich seh es ja. Warum habe ich keine Benachrichtigung bekommen? Wie geht denn das nicht? Ich will, dass das funktioniert. So wie vorher auch. What? Hä? Ok. Um. Unfair. Pilze sammeln, ok. Wir sind am Ende der Karte. Jetzt. Wenn das fertig ist, habe ich meine eigene blöde Meinung. Das ist für verdammt sicher. Show dem, wie es ist. Ich habe einen Goldbein gefunden. Der Durchschlag ist gut. Nur freilich noch... Legendary! Legendary? Ich wusste, heute wird es gut sein. Ok. Nachladen ist sehr gut. Was ist das für eine Armada? Was ist das für eine Armada? Oh, du könntest schön zu mir kommen. Oder auch nicht. Äh, können wir kurz helfen? Ah! Ah, warten. Puff Gold, Puff Gold, das ist so doof. Damit werden wir halt nie dran. Äh, Feuerrate. Okay. 200% Feuerrate. Minus... Genauigkeit. Okay, wir haben keine... Kann nun Verbündete anschießen. Verbündete anschießen? Ich hab keine Verbündete. Ich bin nur jeder Zwerg, der alleine hier unten ist. Also kann ich nur die MK2 nehmen. Schuss. Abbruch. Abbruch. Oh, da ist irgendwas. Und jetzt. Oh, da ist das. Der Dicke ist ja schon da, ja gut, der ist eigentlich dead. Der Dicke ist tot. Ich muss hier glaube ich mal ein bisschen Kette geben. Diese Genauigkeit ist auch Kumpel für den Arsch. Ja, ich habe mich träumt von etwas wie diesem. So was ist hier unten? Elendliche Sackgasse. Guten Tag. Gibt's aus, ne? Jo. Elendliche Sackgasse. Es ist gut. Wir brauchen Aufnahmen, um das Zeug einzusetzen. Ja gut, jetzt müsste ich doch nicht sterben. Ja. Aber ich? Warte mal. Warte mal. Warte. 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 Glück, erstmal mitnehmen. Mal gucken. Was ist das? Schatten. Legendary. Gut, gut. Ich muss nicht abbauen nehmen. Oh mein Gott, leben. Geh noch drauf. Hier oben, Mann. Wo sind die eigentlich lieb? Oh Gott, mach ich viel Schaden, wenn ich treffe. Komm her. Leg nicht ne Spur, komm zu mir. Was? Ich mach jetzt noch ne Schaden. Komm her. Hallo. Klar, da finde ich hier so ne miniaturische Lücke oder was? Und Platz. Schade. Ich muss ein bisschen Gold mitnehmen. Ich muss noch ein bisschen gambeln. Na ja, eigentlich. Jetzt irgendwo die Ecke stellen. Und warten. Mal nachladen, ne? Sind wir noch nicht? Ich bin nicht so groß. Ich werde noch nie zuerst fangen. Oder ist er? Die sind die Gäste. Deswegen deploying es. Genau das ist, dass wir ein Zonen aufgeben. Ist das so groß? Ja. Ich werde noch einen Zonen aufgeben. Oder nicht? Oder eine Zonen aufgeSean. Oder ein Zonen aufgezeichnet. Oder ein Zonen aufgezeichnet. Was ist das so groß? wie viel streuung willst du haben ja ich glaube so würde ich dann spielen in cod ganz viel streuung 23 aber es reicht schaffst du schon bis zu mir oh oh diese stinger fischer ich will da gambeln movement legendary Okay, das merken wir uns immer, oh halt das Wissen... Das ist alles nicht... Nein, mir fehlt einer. Kacke. Bingo! Au. Ouh, nah an. Mist, mir hat ein Nitra gefehlt. Ich gehe krachen. Ich komme zum Thema. Ich bleibe da unten in der Ecke stehen. Oh, guck mal da drüben. Kann ich mein Leben aufwerten? Das da. Nicht das Ei öffnen. Aus. Okay. Äh, Gämbel? Ah. Wir haben hier irgendwo noch Zucker. Nein, ne? Doch, hier. Zucker. Zucker nämlich. Oh, ein Helikopter ist da. Uhu. So, äh, kann ich mal kurz Schaden kriegen? Danke. Äh, ich brauche jetzt gleich einen Pitzenschaden mehr. Äh, warum impft ihr das hier nicht auf? Äh, hallo? Jetzt hat das aufgenommen. Arschkrampel. Oh, die Zwillinge kommen. Gut, 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 gut. Guten Tag. Willst du springen? Spring? Miau. Du kannst also drüber spüren, verstehe. Können wir noch mal kurz Schaden kriegen? Halt, Können wir kurz Schaden? Danke. Genau. Du, 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 du. Oh, Gämmel. Ciao. Neum und Otoki. Au. So. Abbrüßt Gemüse. Bin ich hier noch irgendwo? Oder? Au. Au. Äh. Oh, Gämmel. Äh. Movement. Ich bin noch schneller. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Ich bin schnell. Tü, tü, tü. Tü, tü. Die werden ja irgendwann mal auch wieder respawnen von den Mobs. Ah, hier war respawn. Fuck. Oh, die werden stärker, ich verstehe. Oh Gott, bin ich aber schon ganz schön fix. Ah, da kann also drüber sprechen. So, los geht's. Okay, jetzt wird es heftig. Oh, die müssen sich erst wieder heilen. Oh, die können aber hier viele. Komm wieder. Oh, das ist aber cool. Upsi. Wieso schießt er nicht auf den? Gut. Danke. Äh, ja, feuerhaft mich. Oh, okay. Oh. Oh, wobei jetzt mit Schaden geht's wieder. Eieieiei. Na gut. Maximal ausgereizt. Au. Die Schaden haben wir eigentlich nicht mit dem gemacht. Ja, 194. Gut. Ich bin rein da. Impressive work, Miner. The Dreadnought never knew what hit it. Plus fünf Schaden. Anfang nicht schlecht. 2,8 Millionen. Ja, gut. Das, ja. Das ist so angebot, einfach mal von den abzauern. Gut. Gut. Dann. Gehen wir doch mal heute in den Hardcore Modus. Und ich würde hier reingehen. It's gonna be a hazard to for me. Mit? Bei scharf sch ... Na wobei scharf sch ... Bei scharf sch ... Bei scharf 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 scharf. Bei scharf 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 scharf. ich bin mein schützen nur der kopf wollte eine breitseite explizite richtung in deine richtung mit höchsten lebensbilder hardcore modus sie haben wenig leben ich bin ich langsam ist ja Fünf Stages Ja, schauen Brauche ich nicht Wieso ist es noch nicht Okay, Blumen Oh, müssen wir durch Oh oh Okay, Breach Cut Bleispringer auch Buhn 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 Okay Buhn Buhn Nachladen Legendary Nice Wollte auch nur das Nitra hier sammeln Schaden dazu Äh, Feuerwarte Und Rückstoß Buhn 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 Er ist schon entdeckt hier Komm, schieß, schieß Buhn Buhn Wir haben es nicht geschafft Die Karte zu erkunden Okay Buhn 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 Ohohohohoach, eingehalten und ist alles explodiert. Ohohohohoach, eingehalten und ist alles explodiert. Ohohohohoho. Ohohohoho. Okay. Warum habe ich so viel Schaden gekriegt? Holy quack, come holy. Leuchtkäfer. Breach Cutter. Breach Cutter. Hüftelbrückte Hilfe, wohne mit einem Strahl. Ah. Wunderbar. Kannst du da zum Killen werden? Hab ich das nicht in der letzten Session schon so gespielt? Ist das ein Replay? Habe sie. Nur, dass ich jetzt Hardcore spiele. Nachladen von schweren Waffen. Oh Mist. Oh. 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 Ah. Ah. ich habe es in der Mund swarm detectives get ready Oh oh. Puh, hier werden wir da nur mit einem Magneten. Oder 80 Gold. Ah, wobei, Legendary. Guck. Äh... Mit Schaden und Nachladen. Feierraden und Nachladen. Feierraden und Nachladen. Noch mehr Nachladen. Hab ich mitgenommen. Oh, ich muss unbedingt meinen Drop mit abholen. Ich muss mich beeilen. Oooo. Oooo. Oh... Komm schon, hör damit. wie die so langsam irgendwie abnehmen gibt es wer rein damit nein weil ich das niedrig nicht mitnehmen konnte wie viel gold habe ich 172 ja leben her damit aber so schon kein leben schaden und glück gambeln was habe ich noch schaden wir haben schaden wir mit dem was dein mission ist klar okay perfect und nicht sogar ein tausender schaden gesehen das ist aber schon fett das ist ja auch nicht oder muss ich blumen AHHHHHHHHH Guck mal, muss ich scharfen. ja was soll ich noch tun also in dem woanders muss ich die boost mitnehmen so wenn es definitiv nidra wir kriegen jetzt einfach das alles 71 okay ok splitterreaktor schaltet die meisterschaft auf level 12 frei ein scharfer defractor type what wut 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 gus wut 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 Oh, Magnetikai. Perfekt. Ungedauigkeit, Attacke. Nice. Völlig krank. Oh, Blumen vergessen. Hier noch eine. Irgendwo. Irgendwo. Oh, kacke. Der Blumenboost, den brauch ich doch. Wow, wow. Oh. Hey. Beides mit dem, ey. Mies. Shit. Shit, hab ich jetzt bei 80. Das muss reichen. Let's work to be done. Up and add it, minor. Bits. Au. Oh, 15. Ich muss das Ding hochpushen. Nur noch ein Pilz. Wir haben diesen Pilz. Oh, die muss aber auch ein paar Sackgasse, ne? Und noch mehr. The Swim is heading your way. Load up. Meet your maker, crazy. That's all you got, you slippery shit. Ah, Charmant, ne? Äh, ne? Fleisch nicht mehr. Ich bin auf dem Fleisch. Nicht mit mir aus. Herzschlau. Ich bin mir aus. Der Schlau. Ich bin mir aus. Der Schlau. Der Schlau. Ja. Der Schlau. gtf zwei sprenger und bloßschuss feuer fragen mehr feinde ist laufzeit ich sehe fast gar nichts mehr hier warum das ist nicht alles gestorben bei sprenger muss also weniger bewegung auf keinen fall eilung da können wir drüber reden ich komme hier nicht weg nachwarten mir fehlen noch vier pilze ein level habe ich sie freigeschaltet der dicke ist schon da ich brauche noch ein paar pilze pilz der ist tot pilz 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 1 du bist noch der dritte 19 sekunden 18 du bist noch ein pilz ok pilze habe ich ah schaden aus perfekt 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 stage 4 is done na freilich zwei legendaries seid ihr doof ich kann doch den mit schaden mitnehmen oh stupe 12 ja ich habe es freigeschalten ok was sehen wir schaden brand schaden schock ja komm wenn wir frames kaputt machen dann machen wir es richtig oh es wäre schön ja komm hier reichweite ja habe ich eh nicht ok wir sind ganz unten ok dieser spiralreaktor dingens truppen der ist schon interessant ok der ist definitiv tos ok ach der oben drauf oh wie geil schön der hat schon effekte ok das brauche ich für scannen für einen drop ok hier unten ist schon mal irgendeine nummer das ist auch gut da ist auch schon im magnet nochmal bringt nicht viel ich doch ein level bisschen erhöhen vom leben so bleibt alles da oben bei bossen prima beim grande boss ok, hätte ich gar keine chance ich krieg war es nicht der letzte oh, upsie gambeln stufe feuerrate max level die gefällt dir wirklich von anderen waffen, ne schaden, feuerrate schaden, ja komm overclock says it's time to kill äh holst du noch waffenreichweite und übertaktung für ein weiteres strah extra kick okay wei wei und upgrade der Pagammer. So, hier sind wir, aaaaaaah, ok. X18, oh, gut. Vertauschen, hm? Legendary, nehm' halt mit, ne? Das Boss, äh. Okay, der Freisprenger macht, hat auch richtig fett Schaden, wenn ich es richtig gesehen habe. Äh, hallo? Guck mal hier. Oh, danke. Einmal aufräumen. 1.980? Achso, ich krieg der auch, höh. Ok, ok. Oh, was ist denn hier? Oh, guck mal, Freunde. Ähm. Wuuuuh. Wow. Alter, die Lebenspunkte von dem. Hm. So, mal bitte nicht mal in Richtung sprengen. Hahaha. Ah, ok. Wie jetzt da oben dann? Au! Wo, wo, woher? Ey, geht weg! Oh, ich muss weg! Den hab ich nicht gesehen! Sauerei! Das war ein Run! Also, Hardcore ist wirklich Hardcore. Always Hardcore. Meisterschaft. Perfekt. Perfekt. Ja, Schaden haben wir auch ganz gut ausgeteilt. So, dann schauen wir mal hier rein. Wir können eigentlich den Glück nehmen. Von den letzten brauchen wir wieder 10.000. Und wieder 100 Stück. Gut, dass wir noch ein bisschen gesammelt haben. Dann können wir das hier auch mal Feuerrad erhöhen. Was ist das? Potenz. Wo ist die? Ey, ich will Glück erst maxen. Wobei, wir können ja wieder shoppen gehen, ne? Guck mal eigentlich hier. Guck mal so auf Fanger 80. Gehen mehr. Okay. Das war Zufall. Gut. Dann gehen wir direkt hier rein, äh, Hardcore und machen. Ich habe die zwei jetzt. Den dritten würde ich erstmal noch sparen. Und ich würde hier in das Backpackgebiet ruf 1 gehen. Mit. So, das hat mein Schöger. Ingenieur, was hat der? Komm, Deep Core. Die Deep Core ist geil. So, Ingenieur. Hi. Hi. So, dann würden wir uns erstmal hier rein. Was? Ich darf nicht auf die Lava gehen. Nicht auf die Lava bin ich tot. Der vermutlich noch mehr Schaden macht. Was? Ich muss mal hier. Nachfahren. Okay, die machen wir einen Schaden an den Dillern, das ist schon mal gut. Nachfahren. 35er. Nicht schlecht. Wenn hier noch Platz ist, geht's. Den nehme ich mir nicht mit. Sondern ich puttel mich hier durch. Oh. 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 Oh komm. Logitech gewählt. Ja damit. Aber ich habe ein bisschen mehr Chancen. Gutes auch Plus 3. Ich brauche den Meistern. We got too much clutter for us to flypot land. Do something. You are cute. Ready, set me. Nice. Flypot. Ich komme. Uh. Äh. Fast ein Totgelauf. Oh. Wobei. Geht. 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 Toll. Toll. Bar bauen hier. Oh. Toll. Oh. Oh. Ich war oben. Jede ausgerüstete. Nachladegeschwindigkeit. Plus. Jede ausgerüstete Waffengattung. Gattung. Gattung. Eine andere als die. Oh. Oh. Pinkpack. Rappert Kot. Es ist 5. Swarm detectiert. Get ready. He'll be with you shortly. Äh. Ich müsste vielleicht mal. Oh. Panik. Vielleicht ein bisschen. Mal gebraucht. Hält Feuerwehrleiter und Nachlader. Ich will die Magazin. Das kostet eine Nachladegeschwindigkeit. Die Quest haben wir schon abgeschlossen. Ist gut. Brauche ich den Mist alles nicht mehr mitnehmen? Da hinten explodiert. Ja gar kein. Oh. Der dick ist da. Oh. Der Spooky ist auch noch da. Ja. Gar kein Bock. Weil der Spooky ist ja 50 Kilometer lang. Okay. Der ist schon mal Toast. Ein bisschen nieder. Aber es war wichtig. Oh. Ach. I can't get enough of this rare stuff. Legendary. Legendary. Legendary upgrade. How can I not? Äh. Wie unfair ist das denn? Wow. Danke. Spiel. Kann ich bitte leben regenerieren irgendwie? Also plus zwei zum Beispiel. Das ist ja unfair. Ich habe es doch gesagt. Anwandlung der Runde. Legendary. Bingo. Äh. Ja. Kann man das und das mitnehmen. Dann war es doch schon. Ja. Aber ein Rabattcode mitgenommen. Ist schon mal auch positiv. Hier. 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 ein bisschen eingebaut eigentlich nicht gut das habe ich nicht gesehen dass ich unten noch lang gehen kann nicht auf mich hauen weg da muss ich jetzt noch eine welle überstehen diese blöden spuckviecher noch eine blume da sind keine blume hier oben blöden stinger fischer echt net zusatzwaffe nachladen 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 am ende der karte na gut dann hier kommt stirb nachladen 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 war aber viel schaden hier herum wieso sind wir eigentlich so schnell wenn wir das mal erklären in 30 prozent stark mit bewegung mitgenommen glück nein den habe ich nicht gesehen kacke und schon ein guter lauf eigentlich naja gut den habe ich nicht gesehen auch 20 gleich ja danke schuld sie dann danke danke aber in der schutz schon noch aktiv im chat ist dann würde es erstmal dann für heute belassen liebes youtube ich würde mal sagen hier wir haben gut geballert gut vorwärts gebracht und da sage ich mal reingehauen bis zum nächsten mal tschau